Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nächste Haltestelle, Hammerwerk So, kommt ich da rein? Du bedankst dich schneller, aber dann kriegen wir dich auch noch Wunderbar Nächste Haltestelle, in der Öde So, jetzt kommt dieser kleine, super enge Abschnitt Komm so rein, junge Frau Ich bin ein wenig zu früh Das ist aber nicht so weit schlimm Der Wachnet ist der absolute Wahnsinn Ich kann echt mal um sie KI nicht gewinnen Nächste Haltestelle Hollen Hollen Ich werde mal lieber rumpeln So, Umi Erna mischt mit Komm, Herr Grün Danke Weil ich muss hier ein bisschen ausholen Nächste Haltestelle Schnatenberg, Kirche Rappel, zappel, ja So Ach gut, man sollte auch fahren, ne Und jetzt kommt das Schöne Schöne So Körbäck Und Körbäck Schöne Schöne Körbäck Körbäck so hallo wir sind ein wenig zu früh gibt mir die gelegenheit zu gucken ach kann man eigentlich nicht meckern könnt ihr mal eben ein schickes fein ist mal gucken was haben wir denn hier die machen wir denn das hat nicht so nicht verkehrt das kann man so nehmen so haben wir noch ein schönes zu gemacht haben noch ein wenig zeit ja und die wurde auch mal wieder geblitzt komisch komisch dass sie sich alle blitzen lassen machen wir dahinten vorzu das wollten wir jetzt eigentlich nicht nächste haltestelle roggenfeld ja da kommen wir jetzt gleich hin nach rechts aber wir haben ja noch ein wenig zeit habe ich so noch nicht gehabt dass ich hier wirklich zwei minuten verflogen bin lecker lecker starten wir schon mal wieder den motor legen den gang ein wunderbar ist das aber wunderbar so aufnahme jetzt schon 39 minuten da können wir auf jeden fall ein paar folgen draus machen ja ronni der lässt sich heute auch nur blitzen am rasen und ich war hier ganz gemütlich bin voll pünktlich ach die tür zu guckt noch mal ganz blöd da ist keiner so und dann geht weiter mit der lustigen fahrt hier nächste haltestelle roggenfeld um sie jetzt nicht laufend nachladen würde wird auch wunderbar so gut oma erner aber dann komm rein wie gesagt echt keiner hallo hier brauche ich lieber flitzen weil hier ist eh rot Nächste Haltestelle, Kleinbracken. Hey, grün, schön, was los? Jetzt fahren wir hier durch. So, mit der lustigen Haltestelle hier. Einmal schärfer ran. Jetzt machen die Türen auf, egal wie die nämlich wir jetzt gerade stehen, was denn hier anders geht. Wunderbar. Kein einzigen Mutfall. Herrlich. Nächste Haltestelle auf der Kippe. Auf der Kippe. Und weiter geht's. Aber wenn ich das jetzt natürlich noch kombiniere, hier eventuell mit einem Livestream. Und ich fahre mal so anständig. Aber wenn ich das jetzt natürlich noch kombiniere, hier eventuell mit einem Livestream. Das wäre ja auch mal eine feine Sache, ne? Das wäre echt mal schön. Wenn dann alles so flüchtig läuft. Ich glaube, hier ist 30. Da ist ein Blitzer. Da können wir doch mal glatt auf Nummer sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier mit 50 lang fahren darfst. Weil es hat doch keiner hier meckert. Das ist ganz kurios. Aber ich bin ja auch noch nicht da, ne? Nächste Haltestelle. Makomannenstraße. Das war eng. So. Jetzt muss man erstmal um die Baustelle hier rumkommen. Nächste Haltestelle, Heimatplan. Da wird der Ampel rot. Dann gehen wir in die Bremse. Schauen wir mal. Bis jetzt ist alles wunderbar pünktlich. Hier sind wir noch alles schon gesperrt. Dann machen wir mal Grün. Interessant ist, dass hier überhaupt kein Verkehr herrscht. Das hält sich wirklich sehr in Grenzen. Ich kenne es auch anders. Wow, das war eigentlich ausgestiegen. Nächste Haltestelle, Haarhausstraße. Gut, die Ampel ist deaktiviert. Können wir mal ein bisschen rollen lassen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nächste Haltestelle, Bahnhof Marktscheid. Ja, ich meine, hier sind 30. Wir gehen mal ganz verschleunig zu den Händen. Hier runter. Aber ich bin nämlich der Meinung, ich bin hier schon mal geblitzt worden. Da steht auch keiner. Da steht auch keiner. Da war so viel. Keiner rein und keiner raus. Na ja. Das ist das halt so. Nächste Haltestelle, Königshöhe. So, hier passiert praktisch. So, hier muss ich dann wieder etwas aufpassen. Mal denken. Da hinten setze ich schon mal ein Schombaschombas auf. So, hier will eigentlich keiner einsteigen, aber hier wird jemand aussteigen. So, hier ist der Golf. Nächste Haltestelle. Im Elend. Nächste Haltestelle im Elend. Es ist doch so, hier ist es so. So, hier bin ich ja, dann gehe ich gerade auf, also zu. Das ist doch sehr schön. So, hier kannst du nicht kennenlernen. Oh, hier sind wir auch einen Schombaschombaschombasch. Da ist ja auch noch so. So, wo ist das? Also, wir fangen wir alle an. So, was ich wohl? Ich bin einfach mal. Und da weiß ich dies. Vielen Dank.